Der vierte ist der letzte der Advente, schon bald ist Heiligabend da. Für uns beginnt die Zeit der Feste, bei Kaspar, Melchior und Balthasar. Es gibt sehr viele, die Geschichten schreiben, aber wenige, die sie dann durchleiden. Am Ende ist nur der ein Held, der nicht mit in die Gruft reinfällt. Advent, Advent, mein Stern, er brennt, ihr alle könnt ihn tragen. Drum lasst uns feiern, diesen Trend und unsere Kehlen laben. Es ist bald Weihnacht, Advent, Advent, die vierte Kerze, die jetzt brennt. Die Zeit ist reif, der Boden weht, es gibt nur eins, die Sehne lebt. Die Zeit ist reif, der Boden weht, es gibt nur eins, die Sehne lebt. Advent, 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 mein Stern, er brennt, ihr alle könnt ihn tragen. Drum lasst uns feiern, diesen Trend und unsere Kehlen laben. Es ist bald Weihnacht, Advent, die vierte Kerze, die jetzt brennt. Die Zeit ist reif, der Boden weht, es gibt nur eins, die Sehne lebt. Die Sehne lebt. Die Sehne lebt. Die Sehne lebt. Advent, 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 mein Stern, er brennt, ihr alle könnt ihn tragen. Drum lasst uns feiern, diesen Trend und unsere Kehlen laben. Es ist bald Weihnacht, Advent, Advent, die vierte Kerze, die jetzt brennt. Die Zeit ist reif, der Boden weht, es gibt nur eins, die Sehne lebt. Der Boden, der Boden weht, es gibt nur eins, die traffischeover Office guttour Pedro Lorina. Untertitelung des ZDF, 2020